Technologie, Innovation und Management – das sind die drei Säulen dieses Marktführers für Digitalisierungs- und Security-Produkte mit Hauptsitz in Zürich. Für die über 340 Mitarbeitenden gilt Talent vor Hierarchie. Genau das ist es, was die Belegschaft schätzt, ebenso wie die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und die flexiblen Arbeitsmodelle. Diverse Firmen-Events sowie zahlreiche Mitgliedschaften sorgen ausserdem für eine ausgewogene Work-Life-Balance der Belegschaft der TI und MAG.